Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zur Mathematik. Heute mit wahrscheinlich dem Thema, vor dem sich alle Studenten am meisten fürchten, und zwar den Beweisen. Ja, das ist insane wichtig, aber was mir aufgefallen ist, die meisten Universitäten und Hochschulen verkacken es euch einfach zu sagen, dass es drei Beweistechniken gibt und die sind gar nicht mal so kompliziert, wenn man sie einmal verstanden hat. Ähm, im Endeffekt, ja, kann man relativ viel sich beweisen, indem man einfach nur diese drei Techniken kennt. Und wir machen jetzt heute eins, morgen das nächste und übermorgen die dritte von den dreien. Und danach, ähm, ja, ihr schreibt mir bitte einfach, wenn ihr Übungen wollt oder wenn ihr mehr Übungen wollt. Ich werde jetzt einfach immer mal wieder einen Beweis anhängen und, ähm, euch damit dann zeigen, wie das jeweils geht. Wir haben jeweils auch natürlich ein Beweisbeispiel dabei und wir starten heute mit dem einfachsten, mit dem sogenannten direkten Beweis. Der direkte Beweis, ähm, ist genau das, was er sagt. Das heißt, wir wollen mit dem, was wir wissen, eine Aussage beweisen. Okay, in unserem Beispiel sagen wir, die Summe zweiergerader ganzer Zahlen ist gerade. Jo, das ist eine Aussage, wo man vielleicht sich so denkt, okay, die könnte wahr sein, aber wie beweise ich das? Ähm, und wichtig ist im Endeffekt, wir wollen ein A impliziert B beweisen. Das heißt, wir wollen mit dem, was wir gegeben haben, B direkt nachweisen. Deswegen heißt das Ding direkter Beweis, ja. Ja, und, ähm, das machen wir ganz einfach. Wir sagen am Anfang, okay, nehmen wir an, wir haben zwei ganz konkrete Zahlen, so wie sie eben gegeben sind. Oder einfach das, was wir halt haben wollen, das haben wir. Also, in unserem Fall haben wir einfach mal angenommen, wir haben zwei ganz konkrete, gerade, ganze Zahlen. Also, x und y, ja. Dieses Ganze habe ich jetzt einfach mal weggelassen, ähm, weil wenn sie gerade sind, dann sind sie normalerweise immer ganz. Okay, also, sagen wir einfach mal, wir haben zwei Zahlen, x und y, die wirklich gerade sind. Jetzt können wir daraus Dinge schlussfolgern. Und, ähm, das machen wir. Und bei einem direkten Beweis machen wir nichts anderes. Wir schlussfolgern mit dem, was wir haben und beweisen dadurch irgendwann Aussage B. Okay, das heißt, wir haben gegeben zwei gerade ganze Zahlen und wir wollen daraus beweisen, dass die Summe von beiden gerade ist. Das heißt, aus der Geradität dieser beiden ganzen Zahlen folgt, dass auch ihre Summe gerade ist. Das ist im Endeffekt das, was wir hier rauslesen wollen. Wir müssen also erstmal uns das Ganze so überlegen, was ist eigentlich A? Ja, also, was ist meine Aussage, die ich gegeben habe und was ist die Aussage, die ich beweisen möchte? Das heißt, in unserem Fall, wir haben gegeben zwei gerade ganze Zahlen. Das ist das, was wir hier uns hingeschrieben haben. Einfach zwei konkrete ganze Zahlen, damit es leichter fällt. Nur, dass wir ihnen halt nicht einen Wert zuweisen. Also, wir rechnen nicht aus, sondern wir nehmen die einfach als gegeben an und nehmen dann ihre Eigenschaften und weisen B nach. Und B ist eben, ihre Summe ist auch gerade. Ja, das ist so ein bisschen das Gemeine dabei. Man muss ja erstmal dieses A impliziert B rauslesen können. Okay, das heißt, aus X und Y Element Z, ja, den ganzen Zahlen und sie sind gerade, diese beiden Aussagen haben wir eigentlich hier, folgt, ihre Summe ist auch gerade. Okay, cool, wie machen wir das? Naja, wie ich gerade schon gesagt habe, was wissen wir eigentlich über gerade Zahlen vor allem? Naja, wir wissen eben, ja, X und Y sind durch zwei teilbar. Das ist die formelle Aussage über gerade Zahlen. Und natürlich, sie sind in Groß Z drin. Das heißt, sie sind halt in den ganzen Zahlen. Also, nicht so spannend. Gut, wenn wir das formell aufschreiben, sieht das so aus. Nämlich, wenn wir uns X halbe nehmen, dann ist das immer noch eine ganze Zahl. Sie ist nicht mehr unbedingt gerade, aber sie ist eine ganze Zahl. Sie ist nicht Komma 5, sondern weil sie eben gerade sind, also X und Y sind gerade, ist eben auch X halbe Element Z. Und Y halbe ist auch Element Z. Jetzt machen wir einen kleinen Trick und sagen einfach, ja gut, dann sei doch einfach mal bitte A definiert als X halbe und B sei auch mal definiert als Y halbe. A und B, haben wir gerade geklärt, sind auch noch Element Z, weil die Dinger sind ja gerade. Das heißt, X und Y sind durch zwei teilbar. Teilbar ist so ein bisschen wischiwaschi, weil teilbar ist grundsätzlich auch 0,5 durch zwei, dann kommt halt 0,25 raus, ist aber halt nicht mehr Element Z. Also formell aufgeschrieben ist eben X halbe, beziehungsweise A, weil das dasselbe ist, wir setzen das als dasselbe, ist immer noch Element Z. Cool, was machen wir jetzt damit? Naja, jetzt schauen wir, ob wir mit dieser Aussage, also A und B Element Z, ob wir damit irgendwie diese Summe bilden können und damit nachweisen können, dass die auch noch gerade ist. Also, was ist eigentlich die Summe von X und Y? Naja, X plus Y wahrscheinlich. Und dieses X plus Y kann ich jetzt umformen mit dem, was ich da neu definiert habe. Das heißt, aus X plus Y wird plötzlich zwei X halbe plus zwei Y halbe. Das darf ich ja machen, das ist einfach nur das Erweitern gemäß meinen Brüchen. Da ändere ich nichts an den Zahlen und das bedeutet für mich, ich kann aus dieser Summe hier auch eine zwei ausklammern. Da steht ja plötzlich zwei mal X halbe plus Y halbe. Cool. Ja, aber was ich jetzt machen kann ist, ich kann das umschreiben als zwei A plus B. Und wir haben gerade davon gesprochen, dass A und B eigentlich immer noch Element Z sind. Beide sind Element Z, also ist auch A plus B immer noch Element Z. Und, naja, was macht eine ganze Zahl aus? Eine ganze gerade Zahl vor allem. Sie ist durch zwei teilbar. Und dementsprechend, aus A Element Z und B Element Z folgt, dass A plus B auch noch Element Z ist. Und zwei A plus B ist durch zwei teilbar. Denn, wenn A plus B Element Z ist, ist zwei A plus B halbe immer noch Element Z. Weil, naja, zwei halbe kürzt sich weg. Also steht am Ende nur noch A plus B da und das ist Element Z. Das haben wir gerade geklärt. Und damit ist X plus Y gerade. Gut, das war jetzt ein Beispiel. Ähm, und ich glaube, es ist auch einigermaßen verständlich. Ja, das ist jetzt nicht das komplexeste Beispiel. Wichtig ist aber folgendes beim direkten Beweis. Ihr wollt tatsächlich einfach nur all diese ganzen Dinger hier, also diese Aussage hier, direkt beweisen. Dazu müsst ihr rausfinden, was habe ich gegeben. Dann müsst ihr mit irgendwelchen Sätzen, Definitionen oder anderen logischen Schlüssen, müsst ihr Sachen umformen im Endeffekt. Ihr kennt das aus der Schule wahrscheinlich. Ähm, aus A plus B darf ich irgendwie mal zwei machen. Also A ist gleich B bedeutet zwei A ist auch gleich zwei B. Sowas in die Richtung, ja. Ähm, das heißt, ich darf hier einfach manche Umformungen machen. Wie eben zum Beispiel, ich darf hier sagen, okay, 2X halbe plus 2Y halbe ist halt dasselbe wie X plus Y. Das darf ich machen, weil ich mache nichts anderes außer den Bruch zu erweitern. Und dann ersetze ich hier durch meine eigenen Zahlen oder ich klammer eben eine 2 aus. Und das sind Umformungen, die ich definitiv machen darf. Was ich auch machen darf, ist eben mein Wissen aus Sätzen und Definitionen anzuwenden. Und am Ende möchte ich dabei rauskommen, dass Aussage B bewiesen ist. Sprich, dass ich auf Aussage B komme mit dem, was ich hier gegeben habe. Und das ist, das Schwierige ist wahrscheinlich nicht, diese Techniken anzuwenden. Das Schwierige ist immer rauszufinden, was bringt mir eigentlich gerade was hier bei meinen Beweistechniken. Und das, ähm, ja, das ist einfach tatsächlich manchmal Glückssache. Deswegen brauchen mathematische Beweise auch manchmal einfach so lange. Gut, aber ja, das ist, ähm, im Endeffekt der direkte Beweis. Nächstes Mal machen wir weiter. Naja, wenn es einen direkten gibt, gibt es wahrscheinlich auch einen indirekten Beweis. Und dementsprechend hören wir uns. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.